Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer niegelnagelneuen Folge von RUNES OF MAGIC. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in dieser Folge grüßen wir Shido, ne da oben, Shido XS. Dankeschön für deinen Support und heute wirst du besonders begrüßt. Begrüßen tue ich natürlich alle, ist ja klar. Klar ist auch, dass wir jetzt den Wald erkunden sollen und dann, ja machen wir das einfach mal. Wir sollen den Wald erkunden. Ja, und ich mach mal im Reizmodus. Das ist, denke ich mal, besser. Jojo. Was sollen wir denn? Wo sie Text lesen? Also, ähm, südlichen Januswald. Der Wasserfall. Da wäre Wasser. Glaube ich, zumindest, oder so. Das ist so leicht rauschend an. Dann gehen wir mal da kicken. Ja. Oh. Ich will das lesen. Geh mir aus der Sonne. Es ist Zeit, sie wieder einzufangen und zurückzubringen. Ihr seid mehr weg. Komm, versucht etwas spannendes. Ich will das lesen. So blöd ist es wie. Ja, genau. Abgeschlossen. Jo. Warum? Was ist passiert? Wolle noch nicht. Geht aber gut, xp, ne? Schlecht. Der hier. Ich will das hier. Nur mal so aus Spaß. Gieß du mal. Das geht, ne? Aber, ein bisschen kleiner. What happened? Ich weiß nicht. Ihr sagt, es hätte hier einen heftigen Kampf gegeben. Ein Soldat hätte gegen eine menschenähnliche, mit Drachenschuppen und mächtigen Clownbewährter, er hat zugekämpft. Welche schließlich hierher geflogen sei. Ich habe ein ungutes Gefühl, am Ende des Waldes habe ich zwei Sorten von Elementarenergie gespürt. Die eine war düster, so wie die von Maxim, den dritten. Die andere war reiner. Das beunruhigt mich. Ich habe mich nicht. Oh, schöner Sprung. Achso. Eine tolle Leiche reden. Eine merkwürdige Flüssigkeit und ein Geruch von vollen das Umgeben diesen Körper. Er trägt die gleiche Kleidung, wie die verdriebsenden Saaten auf seiner Brustkraft. Wie die verdriebsenden Soldaten auf seiner Brustkraft eine schreckliche Clown-Spur. Seltsame Spuren von Krallen, stammen sie von der menschenähnlichen, mit Drachenschuppen bewährten Kreatur, von der ihr gesprochen habt? Wollte noch nicht. Ich stand nicht dabei. Erinnern Sie mich. Das ist... Das ist... So, ich habe die von euch erwähnten Clown-Spuren untersucht. Die stammen vermutlich von der von euch beschriebenen Kreatur. Was die verdriebsenden Soldaten angeht, so muss ich sagen, dass ich schon einmal mit ihnen zu tun hatte. Aber ich konnte nicht herausfinden, warum sie mich angegriffen haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Zustand der Leiche bemerkt habt. Oder nicht. Es sieht nicht so aus, als sei der Tod erst kürzlich eingetreten. Aber die Clown-Spuren waren frisch. Vielleicht haben sie vorher schon mehrmals im Wald miteinander gekämpft. Oder sie waren von Anfang an ohne Leben. Um sicher zu gehen, möchte ich, dass ihr diese schmutzige Kleidung zu Arde in den Ardelager bringt. Ich habe Silber gelesen, ich habe ihm Silber gesagt. Vielleicht kann er damit herausfinden, was diese Leute vorher im Wald getrieben haben. Was mich betrifft, ich möchte die von hier vorhanden, ich möchte die hier vorhandene Elementalenergie weiter untersuchen. Weil ich habe mich fertig betrefft, der wäre ich im Arde. Okay. Dann machen wir das doch. Das ist kein Thema. Es sieht so aus, als würde es jedes Mal, wenn der dunkle Schatten am Himmelkreis ein Körper auftaucht, zusammen mit seltsamen Clown-Spuren auf dem Boden. Wir werden einen Ausdruck einer dieser Clown-Spur nehmen, Abdruck, und alle zertauern mit seiner Hilfe die Spur des Sterns von Emia aufnehmen lassen. Dann können sie die Gebiete vermeiden, in denen Spuren aufgetaucht sind. Es sieht so aus, als seid ihr tatsächlich auf den Stern von Emia getroffen. Nächstes. Für einen neuen Titel. Vielleicht ja langsam unbesiegbar nicht. Wahr oder so. Naja, die Clown-Spuren, das ist nicht diejenige, die ihr in der Nähe des Weinfasses gefunden habt, oder? Wenn diese Clown-Spur ein Symbol des Sterns von Emia ist, jeder Ort, der angeblich von Drachen und Monster angegriffen wurde, zeigt ähnliche Clown-Spuren. Ich glaube nicht, dass dies ein Zufall ist. Wisst ihr, was all diese Orte gemeinsam haben? Es gibt nur eine Gemeinsamkeit. Die Hand der Wahrheit. Zeichen der Hand der Wahrheit, sind in der Nähe aufgetaucht. Arter Morgenstern sagt mir alles, sagt mir alles, was ihr wisst. Dies ist die Zeit für Morroc und unseren neuen Freund, die Welt zu ändern. Ich weiß, Meister, wie könnte ich euch im Stich lassen? Es gibt einen Ort, der vielleicht die Antwort hat, die sie wollen. Es ist ein Dorf namens Kandor und der See mit uralten Wächtern darin. Ich verstehe, wir werden das hingehen und überprüfen. Dann machen wir das nochmal. Klein Schienen. Und dann gehen wir dahin. Der Zusammenhang zwischen den Drachenangriffen und die auf die Dörfer und der Hand der Wahrheit scheint zwar überdeutlich, oder? Doch tatsächlich entbehrt seine Annahme jede Grundlage. Vielleicht ist die Kreatur, die ihr im Welt gesehen habt, der Ursprung all der Gerüchte, aber warum dann die merkwürdige Schlacht mit den Soldaten? Mag sein, dass die Hand der Wahrheit die Experimente von Luke Ponzi führt? Die Situation wird immer komplizierter, aber irgendwo da draußen ist die Wahrheit und sie wartet nur darauf, von uns aufgedeckt zu werden. Es gibt keinen guten Grund, den Vorschlag von Morgenstern nach Kador zu gehen. Ignorieren kann nur. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dies ist der Clown-Spur-Abdruck, den mir Arde bringen sollte. Frag den Bewohner von Kador nach Informationen darüber. Ich untersuche die Hand der Wahrheit und treffe euch dann in Kador. Ja, ja. Wartet. Es gibt da etwas, wo ihr mir helfen könntet. Das Zusammentreffen vom Stern von Kalan und dem Stern von Emir wird eine Veränderung dieser Welt mit sich bringen. Die Centauren standen in Kador schon immer nahe und diese seltsamen astrologischen Zeichen werden große Veränderungen über diese Welt bringen. Man sollte diese liebenswerten Fürsten entwarnen. Sie müssen informiert werden. Ich kann aber die Reise von Marrock nicht weiter hinaus zögern. Deshalb möchte ich euch bitten, diesen Brief nach Kador zu bringen. Gebt ihn Flottfahr, der Dienerin des dritten Fürsten, der dritten Fürstin, und sorgt dafür, dass die Fürstin sanft an diese Zeichen erinnert, anstatt ihren Geist mit schweren Sorgen zu belasten. Sie will schon wissen, wie sie damit umzugehen hat. Ja, ja. So. Kador, Schador. Wir gehen natürlich einfach Schador. We live. Gibt die die. Muss ich es mir gewesen sein. Ja. Wir kommen langsam in Gefilde, wo ich meine Blütezeit von Runes of Magic erlebt habe. Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Freue ich mich nur drauf. Jetzt geht es nämlich auch los mit kleinen Innis und so weiter. Hier ist eine zum Beispiel. Hey. So. Plotfahr. Hade? Gibt es schlechte Neuigkeiten? Die dritte Fürstin war in letzter Zeit nicht besonders gut auf Verfassung und wird diesen Brief nicht sofort lesen. Wir steigen als Müll. Dann müsste ich eine günstige Gelegenheit abwarten und das Thema mit der Königin zu besprechen. Ja, mach mal. So, da haben wir. Da vorne jemanden. Da ist er mal hin. Wo? 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 Das Auto laufen funktioniert aber nicht. Ach das noch so weit hinten? Schlecht angezeigt. Äh. Hä? würde heißen aber jetzt kein namen aus mädchen diener an es doch nicht hö Wenn ich mir euren Aufzug so ansehe, seid ihr ein Fremder, nicht wahr? Würdet ihr mir meine Sorgen anhören? Ich bin nur ein Mitglied der Schadorwache und will es ja attik. Das Mädchen, das ich liebe, gehört den Edelleuten von Schador an. Aufgrund ihres hohen Standards wage ich es nicht, ihr meine Gefühle zu offenbaren. Außer möchte sie, dass ein Bogenschütze ihr Herz gewinnt. Und nur wer dazu in der Lage ist, wäre würdig, sie an ihrer Seite zu wissen. Dann besucht ihr eine andere Frau, wenn ihr auf solche Ideale setzt. Sie ist eine stolze Bürgerin von Schador und hegt eine tiefe Bewunderung für die erste Firstin von Schador. 1000 Fehler, Jenny Giant, die eine Expertin im Bogenschießen war. Mit dem Bogen kann ich nicht so gut umgehen, aber mit dem Schwert bin ich geschickt und stolz darauf. Solltest du auch. Sollte sich für jemanden niemals verändern. Wenn ich ihre Gunst mit einem Schwert Fähigkeiten gewinne, würde sie sich vielleicht auf mich einlassen. Auch wenn ich nicht ihrem Stand angehöre. Würde ich mir helfen, außer was für welche Artikel über mich denkt. Natürlich. Wo waren die? Hallo Gurke. War der irgendwo noch gelesen? So, ein Wachmann, den nur der die Schwertkunst mit Stolz erfüllen kann, hat euren Namen erwähnt. Sprecht ihr von Narmok? Hier? Ich weiß von seinen Gefühlen. Tatsächlich ist es unnütz, einen tapferen Bogenschützen als liebsten zu haben. Ich mache mir nichts aus seinem Status und auch nichts aus seinem überlegenen Umgang mit dem Bogen. Ich sehe nur seinen Mut. Ein Mann, der seit 10 Jahren in mich verliebt ist, ohne je den Mut gefunden zu haben, mir davon zu erzählen, wie soll ich daran glauben, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben könnten? Aber wenn du es weißt, warum hast du dich angesprochen? Ola. 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 Lauf doch nicht weg. Bleib hier. Bleib hier. Sind das gute Neuigkeiten? Solche Quest-Text sind die geilsten. Aber noch klick. So, doch was. Offenbaren? Ihr meint, Felicia hätte vorgeschlagen, ich sollte meine Gefühle offenbaren? Also, ich weiß nicht. Habt ihr euch da auch nicht verhört? Also, wenn Felicia das wirklich gesagt hat und ihr meine Gefühle nicht gestehe, werde ich schon nie erfahren, ob sie mich liebt. Wenn sie sich lieben würde, hätte sie es 10.000 Mal gesagt. Könnte ich meine Gefühle nicht indirekt gestehen? Ich meine, es gibt auch diese Blume. Lingua Pectoris. Sie vermag die wahren Gefühle ihres Besitzers zu offenbaren. Bitte pflückt mir eine davon, überreicht sie, Felicia Attic. Und wenn Felicia Attic die Blume an sich genommen hat, fragt sie, was sie von mir hält. Gewachsenen auf der Insel nahe am See Kandor. Wie? So ist das. Da ist der nächste. XP. Rose, Rose, hello. Erster Besuch in Shador. Es muss einen Grund geben, warum Shador seine Haltung geändert hat. Ich werde da die Problem aufgrundgegen. Mach mal. Brauche ich, dass ich tun. Wartet. Das Geräusch von Schritten. Ihr seid nicht alleine. Kommt her. Wer ist da? Ich bin das. Galloway. Oh, Herr Majestät. Welche Gefahr? Ihr seid alleine hier hergekommen ohne Leibwaren? Ein so kurzes Stück Weg. Wozu braucht jemand da... Wozu braucht man da Leibwaren? Es ist an der Zeit aufzubrechen und die Angelegenheit in Schadung zu klären. Lasst mich zuerst jemanden nach Dallanes schicken, um General Lanz davon zu unterrichten, dass ihr euch in Schadung befindet. So wird er sich nicht um euch besorgt sein. Dieser Kerl weiß nur, wie man wütend ist. Ich glaube nicht, dass Besorgt auch seine Gefühlsskala existiert. Eure Sicherheit ist von oberster Wichtigkeit. Reist zunächst nach Dallanes, bohlt in Austin und berichtet General Lanz von seiner Sache. Ja. Wir klein machen. Rosie. Treffen mit der Fürstin von Shardor. Ich würde für eure Majestät sterben und werde nicht erlauben, dass euch etwas zustößt. Atta, wir müssen dieses Problem klären und zwar schnell. Begleitet mich zu einem Treffen mit der Fürstin von Shardor, der ersten Königin Hattie Giant. General Lanz vertraut auf ihre Fähigkeiten. Aber lasst mich wissen, wenn euch irgendetwas seltsam erscheint. Habt ihr F***. Ähm, ja. Wir müssen los. Till, 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 till. Tipp, tipp, leap, tipp, tipp. Könnt ihr nicht schneller schleichen? So, was immer nur ein schadal hat die jahre immer wieder mal Was soll das? Was soll die Leute? Warum? Was soll der Scheiß? Was war ich? Die Vügel irgendwie ausblenden? Was juckt? Was soll die Vügel irgendwie ausblenden? Na ja, komm, los, weiter, komm, sag, 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 sag. Ah, Isvan, ich habe die Nachricht von Einer Wache erhalten, und ihr seid es wirklich. Große Schwester, ihr habt alle überrascht, dass ihr nach eurer Teilnahme an der Krönungshamonie der Königin von Dalamis geblieben seid. Ich bin die Vizekommandantin der Löwenherzgarde. Das weiß ich, General Lanz ist der Kommandant, richtig? Nein. So ein unnötiger Dialog, das hätten wir auch ausnehmen können. Große Schwester, Shadow hat nicht am Reichskonzil teilgenommen. Außerdem heißt es, dass er sich weigert, Kaninur zu unterstützen. Wie? Ja. Das sind die Befehle des Boten vom Königlichen Hof von Dalamis. Seid ihr aus diesem Grund zurückgekehrt? Ja, genau, deswegen bin ich zurückgekommen, aber das ist unmöglich. Dalamis hat diese Befehle nicht geschickt. Ich habe nicht, hat sie, ist sie? Ja. Es ist nichts, Große Schwester. Ihr sagtet, ein Bote sei gekommen? Ja. Und ich war mir sicher, dass ich den Königlichen Erlass erhielt. Was geht ihr vor? Ritter, tretet vor und gibt Istran den Königlichen Erlass, sodass sie den Blick auf den Kanten. Ich habe keine Königlichen Erlass. Warum? Ich schüttelte wahrscheinlich schon alle wieder in den Kopf. Was? Aber was soll ich denn machen? Ich habe doch keinen Königlichen Erlass. Woher soll ich den nehmen? Ich habe doch keinen Gegenstand. Das ist ein Request. Also, ja. Ich habe doch nichts. Ja. Ich weiß nicht, was jemand machen soll. Ich kann doch nichts machen. Ich weiß nicht, dass sie gefälscht wurde. Wenn man die Schrift genau untersucht, sieht man, dass es Elemente gibt, die verändert wurden. Könnt ihr beschreiben, wie der Bote ausgesehen hat? Kurz bei uns war ungefähr so, wie die Wache neben mir. Er hatte eine Narbe hinter einem Ohr. Bis runter bis zum Nacken lief. Ich sah, als er sich zum Gehen wandte. Der Bote, von dem ihr sprecht, sollte losgeschickt werden, das Daten, das Recht zu verkünden. Das ist, er ist gerade verstorben. Er war dem Gesandten irgendwie etwas eigenartig. Bis auf sein gelassenes Gesicht wirkte alles normal an ihm. Wir hörten vor kurzen Gerüchten, dass in Aaron Dinge passieren. Es heißt, dass dort die Leichen schon lange Verstorbener von einer gewissen Macht kontrolliert werden. Und sie sich bewegen, als wären sie noch am Leben. Leichen werden kontrolliert. Welche Macht wäre dazu in der Lage? Und was sollte das Ziel derjenigen sein, die diese Leichen manipulieren? Es ist mir immer noch nicht klar. Aber dieser Bote, den ihr erwähnt habt, ich glaube, könnte dies vielleicht mit den Ergebnissen in Aaron zusammenhängen. Hm, ich werde ein paar Leute zurückschicken, damit sie den Todeszeitpunkt des Boten ausfinden können. Aaron und Shadow vermutlich haben feindliche Truppen Sandorja bereits eingenommen. Das sind keine guten Nachrichten. Wenn Leichnamen in Shadow auf die gleiche Art wie in Aaron manipuliert wurden, reicht es vermutlich nicht, Shadows Teilnahme am Reichskonzil zu verhindern. Wir werden noch immer nicht alle Einzelheiten, oder wir wissen, die wir kennen, genau, warum Kandor, Shadow ersucht hat, seine Hilfe zu verweigern. Vielleicht ist Kandor das eigentliche Ziel des Gegners. Ein Gegner, der sich die Dunkelheit zunutze macht, könnte jeden Augenblick zuschlagen. Die Sicherheit des Menschenkönigs steht an erster Stelle. Ich versuche zunächst herauszufinden, wie das Verhältnis zwischen Shadow und Kandor ist. Sollen wir gehen und uns nach der Fürste von Shadow erkundigen? Machen wir auch noch in dieser Folge. Große Schwester, wegen der Angelegenheiten im Kandor. Oh, Miriam Giant ist also eine große Suppe zu sein. Es ist zählt, dass ihr befindet euch auf einem Irrweg und schweift vom Weg ab, denn der 1000 Fehlerkalender vorgestellt hat. Das ist ein Verbrechen gegen unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Ihr seid eine Verbrecherin, Miriam. Große, kleine Schwester, große Schwester, was ist denn in Shadow passiert? Ihr wisst, wie wichtig die 1000 Fehlerkalender für uns ist. Die 1000 Fehlerkalender, die Sterne werden uns zum richtigen Kurs führen. Sie haben das Volk von Shadow seit 1000 Jahren, Jahrhunderten geleitet. Jahrhunderte bis in die Ewigkeit. Solange die Sterne am Himmel leuchten, wird der Tag niemals willkommen und der 1000 Fehlerkalender uns in die Irre führt. Ob es nun die Unterstützung von Firkado und die Teilnahme am Reichsbeziel geht, der 1000 Fehlerkalender weist uns die Zeit seit langer Zeit für die richtige Richtung. Ihr seid es. Ihr solltet besser nicht. Wie könnt ihr, wie ihr gerade gehört habt, habe ich mich entschieden, dem königlichen Erlass, den der Bote aus Dalarz umbrachte, Glauben zu schenken und der Entscheidung des 1000 Fehlerkalenders zu widersprechen. Aber große Schwester sieht, kleine Schwester, nicht wenig seltsam aus. In der Tat, ich bin ein wenig besorgt. Die Fürstinnen, denen die Verantwortung für die 1000 Fehlerkalender auferlegt wurde, wurden zusehends seltsamer. Und in letzter Zeit ist es noch schlimmer geworden. Besonders nachdem wir einige Male wegen der Entscheidung am Konzilfeld zu nehmen oder Hilfe zu leisten, in den Streit geraten sind. Bräuchte König der Menschen, schwört der verweichlichten Haltung von Jenny Giant den 1000 Fehlern ab. Miriam, Miriam, äh, Wache, Hälfte, Trifte, Fürste, in den Nebensaal, damit sie sich ausruhen können. Ja, ich muss mich auch noch rausruhen. Auf jeden Fall bedanke ich mich mit mir recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst das Leckerstar, lasst ein Abo da, damit ihr auch immer nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir nur mit Eisner Rose ist dran reden und gucken, ob vielleicht schafft man so einer kann, doch, ich bin mal nicht gespannt. In dem Sinne, bleibt sauber, frische Frage, jetzt leider ist das noch völlig kein Sound, gehört sich gerade. Jetzt ist ein Sound an so einem. Ein bisschen Silence. Ist halt das Sound. Verdammt, egal. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Ciao. Ciao.